Es geht weiter hier in der Pogonhaus, bla bla bla. Wir haben ja im letzten Part. Das Betritte, aber es ist viel zu laut für mich. So. Du, Huflo. Ah ja, scheiße. Meine Pogon sind halt fast down. Steh ab. Gut. Komm, wir schlafen. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Komm, wir schlafen. Ich habe mal eine Pogon-Hallin hier ab. Das heißt immer nicht. Oh nee, ich habe die Pogon-Hallin total vergessen. So. Boom. Geh mir auch noch raus den Weg. Oh, Pogon-Hallin und? War ja klar. War ja klar. Oh, Sonderbombo. Aquana, Aquana, Aquana. Und? Das ist der Schlüssel. Oh mein Gott. Ja, ich gebe das. 722, was ist das? BAM! Solarstrahl. Shadow-Boom-Gedrängt. Ist ja genau das gleiche. Eine Runde aufreinung und dann boom. Und wir haben den Schlüssel erhalten. Wir können jetzt verdammt nochmal raus. Boah, wo geht's hier raus? Fuck, ja, wo geht's hier raus, Mann? Oh mein Gott, er ist 630. Scheiße, wo geht's hier raus? Ah ja, stimmt, ja. Oder? Oh. Da hin. Zack. Zur Sicherheit habe ich den Schlüssel. Gut. Mann, lass mich doch einfach in Ruhe, ey. Du kannst ja nicht durch. Ja, wieso ist das hier durchgehen? Äh, äh. Ich gebe gar nichts mehr. Ja, ich muss doch etwas drücken. Ich kann einfach alles verlieren. Ich kann einfach alle meine Poké besiegen lassen. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Wow, das ist geil. Okay, ist auch klar. Ein Gift Pokémon. Aber wartet kurz, Leute. Okay, jetzt geht's weiter. So. Hab ich jetzt gedrückt, oder hab ich jetzt nicht gedrückt? Was ist jetzt los? Jetzt hängt das. Achso. Schon wieder. Nein, jetzt nicht. Okay. Ey, du Victor! So, jetzt bist du down. Ha! Ich drücke mich doch. Oder hab ich ihn schon gedrückt? Ich drücke mich doch mal hin. Hey! Ja, es ist gut. Nein, wo geht's denn hin? Ja! Wo sieht denn da aus? Woohoo! Come back, du, wo? Wir sind endlich draußen. Ja! Sooo, jetzt schau ich mal nach, Akwana. Skilok geht nach, wollen wir mal sehen, was das ist. Oh nein, warte. Tränke kaufen. Kein Witz. Ich hab jetzt genug Geld. Komm, schneller. Für uns. 24. Ja, kann ich nicht mehr. Fickt euch doch alle. Das kann ich auch nicht. Ich kann eigentlich gar nichts verkaufen, ey. Wisst ihr was? Ich verkauf jetzt einfach. Mein Überleber. Ey. Ich verkauf jetzt alles, was ich verkaufen kann, außer die Sachen, die mir wirklich wichtig sind. Zum Beispiel Top Genesung, Meisterball und so. Das ist alles, was ich verkaufen kann. Elixier brauche ich. So. Das will lieber. Oh. Hey Mann, was soll ich denn verkaufen? Ich werde jetzt meistens nicht mehr. Hatten wir, deswegen. Ja, ich mache ja alles. Dann wird das Kino. Was, was ich denn? Der Kino. Der Kino. Also wir haben jetzt diese Kino. Ja, ich bin ja. Ich habe das Kino. Wir haben ja, wir haben ja. So, und hier ist so eine Frage, die uns da spielen. Weißt du das andere? Ja, Peter Smengler. Er sagt, ich glaube, Peter Smengler. Ja, aber zuerst ist es aufkommen. Ja, aber zuerst ist es aufkommen. Und ich gehörte, oh, stark. Ich war einfach so davon, das war's. Boah, ich rocke die Bude, yeah. Boah, mach ruh. Mit Surfer drauf. Boah, ich rocke die Bude, ich rocke die Bude. Und ich will gegen jeden kämpfen. Sag, nein. So, das geht es nicht. Oh. So, da ist die Kunde. Wo die Pics noch eins. Und jetzt kommen wir wohl nur noch mal raus. Ups, zur Blizzard. Wo die zuerst. Man, ich verschöne hier mal. Ich überschränke aber egal. Wir kämpfen doch. Ja, hier. So, ja, endlich. Zack. Jetzt ist es viel einfacher, wenn ich zwei Level höher habe. Aber hier alles mit einem... Nee, danke, das brauche ich nicht. Vulcano, zack. Jetzt habe ich aber leider keine... So von mir, deswegen muss ich mit einem anderen Pokémon kämpfen. So wie Aquana. So, muss ich mir wieder da gehen. Dich. So, ich will trotzdem kämpfen. So, das war's. Oh nein, oh nein. Jetzt aber. Ich halte es ja nur ein Pokémon ab. Uiuiuiui. Wow, wie geil, wie geil der Spider sieht. Für mich ist so ein Scheißstrieb. Ja, klar, richtig. Vulpes. Wie so eine Funtine sieht die Surfers. So. Jetzt gehe ich nochmal schnell heilen. So. 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 Jetzt in der Halt. So. So, so. was wir noch mehr in schaffen büro mein gott das ist ein pokémon fängt dich doch tschüss du bist da doch nicht jetzt auch nee mich und dunkel nie danke ich glaube ja hier einfach mit der vor drauf das war es halt war gar nicht überlebt ist zu betrachten und den 55 sagen ich muss das richtig nein die glück habe ich eine flugstrahlung und das soll ich das weg sei die verdammt noch mal ja machte aber auch politiker politik ähm, sondern Nidoking, äh, nicht Nidoking, 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 da kann jemand besiegen. Okay, Leute, das war's gestern, weiter, bis dann, ciao!